Yoshi! Nintendo! Das ist aber nicht sehr schön und die sind mir auch ungeheuer. Okay, hier sind Münzen. Schön und gut, aber diese Affen, die treiben mich echt in den Wahnsinn. Nichts gegen Affen, aber doch irgendwie schon was gegen Affen. So, gib mir mal ein paar Eier. Genau, dankeschön. Du schaust nicht immer ab. Oh, der ist lame. Toll, da ist auch noch mitten die Blume da drin. Die nehme ich jetzt so. Kannst du bitte zur Hölle fahren. Dieser Typ, der nervt mich. Er verfolgt mich, natürlich. Oh Gott, das war jetzt knapp. Ich dachte, der Affe rennt in mich rein. Oh, um, num, 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 num. Oh, nee, oder? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Geht der eigentlich nach einer Zeit wieder weg? Oh, das sind rote Münzen. Ausgleich, die roten Münzen konnte ich nicht bekommen, ne? Ey, du Affe! Naja, okay, lass es gut sein. Oh, oh. Bitte geh nach unten. Muss ich immer was zum Schießen haben? Komm her, du Affe. Oh, oh. Da unten ist eine rote Münze, genau. Die hole ich mir ja auch, ne? Die hole ich mir not. Da ist irgendwas. Bestimmt eine Blume oder so. Ey, Affe! Ah! Habe ich nicht gesagt, dass da eine Blume ist? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist eigentlich, wenn ich ins Wasser fall? Hä? Ah! Ja, ich komm nicht hoch! Du behinderter Vogel, ey! Ey, hallo! Das ist gemein! Diese Trottel, ey! Arschlöcher. Ja, noch einmal! Ich bin nicht mal weit gekommen und ich verliere hier. Oh, ich hasse diese Affen. Jetzt hasse ich erst recht Affen. Normalerweise hasse ich sie nicht so sehr. Ey, das ist doch eine Qual, mit diesen Deppen da. So, ich regne mich nicht auf. Das ist ein wunderschönes Kinderspiel. Ich sammle hier Eier. Oh, Leute! Die machen mich... So, du kommst weg hier. Ach komm, weißt du was? Fahr zur Hölle. Kannst du verschwinden? Man ist hier echt gezwungen, ganz schnell drüber zu gehen, denn mit dieser Penner da. Ihr wisst schon! Sagamol! Sterne bitte, oder? Ja! Oh Mann, was duckst du dich? Du Omnomnom-Feech! Oh, der Stern ist weiter unten. Ja! Ja! Ey, Yoshi, ne? Stirb gleich! Nach oben macht er die Zunge! So, jetzt habe ich diesen Drecksaffen. Sorry für alle, die Affen lieben oder so. Aber das lasse ich nicht mit mir machen. Dass die mich verarschen, diese Affen. Äh! Ey, was? Ich habe den doch getroffen! Das habt ihr doch gesehen! Hallo! Ey, du Mistratte! Hör auf jetzt! Nein! 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 Ja, komm! Ey, weißt du was? Pfeif auf dieses Viech da oben, sondern geh einfach weiter, ja? Das wäre sehr nett und ich wäre dir sowas... Oh oh! Oh oh! Von verbunden! Nach oben! Oh! Ey, der hört sich an wie ein Vulkan, ey, hier. Oh, bitte, gib mir was. Dankeschön. Ey, du bist doch ein Trottel. Ah! Das Viech kommt bitte, oder? Ne, da nicht. Ey, hier hat man ja schon Phobien, ey. Da unten ist vielleicht was. Komm! Ey, du Mistviech. Da muss ich ganz schnell vorbei, anscheinend. Ein Sternenkreis. Das gefällt mir, aber das bedeutet auch, dass das Level noch zehn Jahre dauert. Oh! Oh Mann! Ob ich dafür Geduld aufbringen werde? So. What the fuck ist das denn? Hä? Hä? Da kann man nicht... Das kann man nicht. Ihr wisst schon. Wer hat dir eigentlich gesagt, dass du fliegen sollst? Kein Mensch. Verstehe ich nicht, was das für Viecher sind. Oh, was, ey? Die spucken und die... Die sparen und... Oh 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 oh. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. wie man so dumm sein kann. Ey, komm, geh da hoch. Da oben ist doch was. Was ich nicht verstehe, warum das hier so lange dauert. Die Affen hauen immer ab. Warum sind man hier so braun? Der hat mich verarscht. Der Shy Guy mit seinem platten Face. Nee. Mario! Du R... Du Mistradde. Äh! Was ist denn da unten noch los, ey? Als würde ich jetzt da runter gehen. Bestimmt nicht. Äh, was war das? Ja, das ist unfair. Ich bin mitten jetzt im Sprung. Oh ne, da unten ist auch noch Helikopter Mario. Äh, Helikopter Yoshi. Hä, wie soll ich denn da runter kommen? Gar nicht. Aha. Das wollte ich doch nicht. Verdammte Scheiße. Im letzten Level hatte ich einen Schlüssel für gar nichts eigentlich, oder? Was ist das denn jetzt hier? Hä, verstehe ich das? Das verstehe ich doch gar nicht. Was soll das denn? Ja, komm, komm, komm. Okay, ich muss alle Gegner töten. Dann bekomme ich eine Blume. Aha. Selten so gelacht. Das ist sehr skurril, finde ich. Und wie zum... In Gottes Namen... Ah, verstehe. Wenn ich da reingehe, kann ich zum Helikopter Yoshi werden? Kann ich da einfach runter? Ach du Scheiße. Den kann ich ja schon gar nicht mehr steuern. Ach so. Ja, super. Nach unten, du Trottel. Jetzt geht er nicht mehr nach unten, ey. Ich fasse es nicht. Oh, du bist so lame. Kannst du da reingehen? Komm, 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 komm. Scheiße, scheiße. Da war das Ding gewesen und ich habe es nicht genommen. Ich will in diese Tür hinein. Herrlo, wie unfair ist es, dass man da unten landet? Das geht ja mal gar nicht. Wir probieren es noch einmal. Oh, 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 oh. Runter, 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 runter. Oh, ich hasse es. Diese Steuerung, die ist schrecklich. Ah! Nein, Mann! Trotteliger Trottel, ey. Dann warte ich wieder da vorne und mache es nochmal. Ja, komm. Wir wissen Bescheid. Dann machen wir es halt eben nochmal. Boah, wie ich mich in diesem Spiel aufrege, Leute. Ey, das ist ein Babyspiel. Ein Kinderspiel eigentlich. Aber es ist kein Kinderklacks. So, langsam. Wir haben doch Zeit. Eben nicht. Das ist es ja, das Problem. Boah, okay. Wir haben es da schon mal reingeschafft. Gut. So, dann kann ich hier nämlich normal bleiben, ohne zurückgeschleudert zu werden und kann mal in diese Tür hineingehen. Meine Güte. Ist doch alles nicht so schwer. Ah, das ist sehr gut. Einen Sternenkreis, Dingsbums. Und was ist das da unten? Das ist doch... Ach, du Scheiße. Eine neue Fähigkeit, U-Boot, oder was? U-Boot Mario... Äh, U-Boot Yoshi. Ah, ja. Torpedo Yoshi. Äh. Wie episch! Er kann sogar Raketen schießen. Oh mein Gott, ist der episch. Ich liebe ihn jetzt schon. Wie geil ist der denn? Wie geil ist der denn drauf? Wir schießen einfach mal alles tot hier. Bitte, 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 bitte! Nimm das U-Boot! Nimm das U-Boot da drüben. Ich will nicht mehr nochmal durch. Bitte, nimm das U-Boot! Ja, ja, ja. Ist mir jetzt egal. Diese ganzen Münzen da. Da unten muss ich hin. Da unten muss ich hin. Nicht. Doch, muss ich schon hin, aber... Da ist es doch. Ich komme... Das schaffe ich nicht mehr. Schaffe ich das noch? Oh. Oh, hallo. Ich war kurz davor. Spindy. Ich muss alles nochmal machen. Genau. Wow. Was? Warum denn alles nochmal? Äh, Yoshi? Wieso kann der jetzt nicht da runter? Wieso geht das denn nicht? Mann, ich bin enttäuscht. Derzeit geht das. Oh. Oh nee, ich habe da keine Kontrolle. Muss ich mir ehrlich zugeben. Oh, die kommen auch so random shit meine Raketen an. Ja, komm! Halt doch deinen Maul. Hallo! Ach so, schaffe ich das erst recht nicht. Mann, was soll das denn? Ich verstehe es nicht, diese Krüpplung. Wieso kann ich nicht mehr schießen? Hallo! Schieß doch! Du Mistrattenviech. Komm, 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 komm! Ey, wie weit noch? Ey, komm Leute. Das ist doch nicht vermutbar. Vor allem, man hat keinen Savepoint. Nichts hat man hier. Ja, muss ich machen. Los, ich muss durch. Hallo! Ey. Da hoch, da hoch. Oh. Das hasse ich. Ich hasse Unterwasser-Gelump. Egal in welcher Form. Puh, Leute. Sorry für die Beschimpfungen, aber... Für das Aufregen meine ich, aber... Och, nö. Was ist das denn jetzt? What the heck? Oh Gott sei Dank. Ein Speicherding. Ah! Das ist doch wie aus Mario. Ach, nee. Oh. Das ist eine Mistsäue. Kannst du dich mal darunter stellen, du... Trottel. Äh. Was ist da unten? Das ist für ein Krabben, Louis. Ey, ich versteh's nicht. Ja, die gehen alle hier flöten, die Viecher. Oh Gott, wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Ah, was ist das denn hier? Ich hab gewusst, dass das eine Blume ist. Nee, das interessiert mich alles hier nicht. Ach. Will ich da runter gehen? Nicht wirklich, ne? Was ist das denn? Ah! Hilfe! Oh, eigentlich möchte ich nicht da reingehen, aber mir bleibt ja auch nichts anderes übrig, oder? Ach, du Scheiße. Gelbe Eier. Na ja, gut, ne? Ja, okay. Da ist eine Blume, aber... Ein Stern bekommt man da. Oh, Monkeys, ey. Du entwischst mir nicht, du Monkey. Wow, what the heck, der Frosch! Warte mal, da kann man doch bestimmt irgendwie rein, oder? Nee, kann man nicht. Was ist das denn für ein Bug? Leute, ist das mir ehrlich gesagt egal. Hä? Ist das der normale Weg, oder was? Was ist das, wenn ich anders weitergegangen wäre? Leute, mir ist alles egal. Ich habe dieses Level geschafft. Ein Level in einem Part. Uh. Wir sind schlecht, aber auch egal. Oh, schon wieder ein Bonus-Spiel. Das müsst ihr euch mit angucken, Leute. Viel Spaß. So. So schlecht waren wir ja gar nicht. Hey, es sind mir noch auf die Funde, Leute. Okay. Schon wieder das Roulette-Kreuz. Bla, bla, bla. Ich habe es zwar nicht kapiert, aber wir machen das jetzt einfach mal. Okay. 28. Ach, das hat was mit die Leben zu tun, ne? Setz mal mal zwei Leben ein. So, mal gucken. Habe ich echt 27 Leben gerade, oder was? Plus 1. Plus 0. Also, das bleibt so zwei Leben. Boah, stell dir mal vor, 2 mal 0, das wäre 0. Hoho. Hätte ich nichts bekommen. Boah, da. Das nächste Mal geht es ins Geisterhaus. Oder ins Froschhaus. Oder weiß der Geier, was das sein soll? Froschturm, oder was? Aber das seht ihr alles erst beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.